Moin Mädels, Moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Söze mit der Söze. Intro Abfahrt. Moin Mädels! Das war das Intro. Yeah! Ja! Sorry, ich hab voll auszusehen in deine Anmodo eingeredet. Willst du das nochmal machen? Nee, möchte ich nicht. Herzlich willkommen zurück. Ihr seht schon, der Link ist für die People jetzt aus dem TS natürlich schon im TS. Die Community-Aktivierung ist aktiv. Aktivierung. Und ist schon was Lustiges aufgefallen. Aber ich wollte erstmal natürlich meinen Freunden im Teamspeak hier das Wort geben. Weil letztes Mal hab ich mich vorgedrängelt. Ihr dürft natürlich zuerst reacten auf dieses wunderschöne Bild hier. Wir sind keine Freunde, Kalle. Ja, das war's. Danke für diese Reaction an dieser Stelle. Ja, ich find's eigentlich ganz cool. Vor allem meine Zahndecke ist halt, also wirklich, das sind zwei Kontinente. Das find ich schon geil. Aber welche? Einfach zwei Kontinente. Weil ich mein, Afrika und Europa sind nicht so weit auseinander an der Spitze, ne? Aber da frag ich mich gleichzeitig auch wieder, warum hat Papu jetzt so eine lange Zunge? Weil ich ein Schleckermäulchen bin. Boah, ist so ein süßer Junge. Weil er da so viel sabbert, Digga. Weil ich gern lecker. Jetzt ein Malbüro, Alter. Ja, danke an Shrimpy für diese tolle Zeichnung. Korrekt, Shrimpy. Aber wir haben Fragen. Und zwar, also wir haben jetzt hier mal so die Verlinkung durchgeguckt. Also erstmal Handy of the Blood-Unterstrich. Ist das schon mal falsch? Das ist schon mal das eine. Gibt's einfach nicht. Ähm, und Gnuo Fische ist Galactic Nerds United. Ja, das ist einfach meine geheime Band hier gelegt, ne? Genau. Ja, die machen so echt galaktische Sounds. Und nerdy Autos. Die Galactic Nerds Sounds, genau. Ein Digga, Alter. Was sind eigentlich galaktische Nerds? Die gehen dann so rum und zacken im Alter. Schreibt sie die Comments, ne? So, ansonsten seht ihr jetzt hier schon. Erstmal, ich bin zu Hause heute, weil die Woche ist turbulent gewesen. Ich bin also, ja, Homeoffice quasi. Aber ist nicht so schlimm. Das sind meine Perks. Bist du nicht mehr Nerdfreaks? Doch, aber halt bitte die Schnauze, wenn ich mit dir rede. Denn wir haben hier einen neuen Killer im Haus. Oh. Ja, es passt ganz gut zu meinem Killer auch. Bevor wir allerdings in die Runde starten, nicht wahr? Ja, gibt es hier noch tolle Kommentare, die ich vorlesen möchte. Und zwar habe ich mir zwei an der Zahl herausgesucht. Wir werden immer mehr. Na klar. Es kommen auch immer mehr Kommentare in die Kommentarleiste, nicht wahr? Und deswegen gehen wir da jetzt mal ganz kurz drauf ein. Und wenn du nicht sofort aufhörst, hier meine Aufnahme mal reinzuatmen, dann raste ich aus. Also ich habe es dir das letzte Mal schon gesagt. Und nächstes Mal fliegst du. Denn, das passt nämlich auch ganz gut. Und Verena schreibt, Respekt an Kalle, dass er als Killer in der letzten Folge der Woche die Söze mental noch halbwegs erträgt. Denn das ist ja immer ein absoluter Hirnfurz am Ende, ne? In der letzten Aufnahme. Danke. Weil alle wollen ins Wochenende so gesehen. Ich habe eine Frage. Nee. Und den zweiten Kommentar, den ich dir noch mal einbinden wollte, ist, Gnu hat bei der Söze einfach auf eine Teilzeitstelle zurückgestuft. Das liegt nur daran, dass es war Urlaub, dann war hier Gamevation. Was war noch, Gnu? Es war noch ein Event. Genau. Stimmt, da haben wir es schon gesehen. Hier, Twitch Prime finde ich fein oder so, ne? Irgendwas war da doch. Twitch Prime finde ich fein. Ja, auf jeden Fall ist sie jetzt wieder back. Hallo, Gnu. Hallo. Hanno hat eine Frage. Was wolltest du fragen? Ey, kennt das Geräusch, was ich mache, wenn Kalle mich auf den Schultern hat? Ja, warte. Nein. Oh ja. Oh ja. Versteht ihr? Ja, versteht. Weil ich halt voll brutal. Alter. Oh mein Gott. Gut, macht mal alle bereit, ihr kleinen Stinker. Und dann würde ich sagen, geht's los. Ich bin auf seinen Schultern. Alter. Das ist halt nicht auszuhalten mit euch, ihr kleinen Stinker. Oh, Kalle hat mich. Oh mein Gott. Könnt ihr jetzt bitte bereit drücken? Ich weigere mich ab sofort die Freitagsaufnahme zu machen, wenn ihr nicht sofort euch benehmt. Okay, Entschuldigung. Du kennst immer die beste Folge, wenn ich ehrlich bin. Ich krieg einfach immer Mental Breakdown, ne? Das ist halt einfach so. Gut. Irgendjemand ist immer noch nicht bereit! Ja, Max? Kalle, sag bitte. Alter. Jetzt reicht's. Auf Französisch? Englisch? Mann, ich mach doch einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Jeden Freitag. Ihr macht euch ja das auch zur Aufgabe, euren letzten Funken Gehirnschmalz hier nochmal rauszudrücken. Ey, wirklich. Was meinst du für Schmalz? Wir nehmen noch nicht lange auf. Noch geht es. Aber das macht deine Folge auch immer sehr uniken. Aufnahme ist erst fünf Minuten halt. Ey, ich hätte eine Idee für deine Folge. Sollen wir alle singen? Also nur singen? Nee, danke. Das haben wir einmal probiert, liebe Community, aber das wurde dann nicht hochgeladen. Ja, weil dann... Ja, das war so traurig. Weil mein Computer gesagt hat, die Scheiße, die nehm ich nicht auf. Ey, er spielt Geschwänzt. Nein, nein, nein. Ich schwör, er spielt den Geschwänzt. Ich spiel Demogorgon, wie wir es abgesprochen haben. Aber ich dachte, der Demogorgon ist disabled gerade. Nein, den kann man noch kaufen. Ja, wegen den Star Wars. Alter, diese... Geräusche immer hier. Ey, Junge. Sorry. Ich sitze dann auch immer freitags da und frage mich, wie nennst du die Folge? Behandlungsbereich. Wie wäre es mit Behandlungsbereich? So heißt die Map... So, Freunde. So, ich hab Killer ein, zwei Mal geübt. Oh, Corrupt in der Scheiße. Ey, wenn du nochmal Korrupte machst, bleibst du auf Freitag für immer, immer, immer. Mimmel. Mäh. Der Geist ist da. Ey, er steht still. Ey, er spielt ja doch den Geist. Aber er spielt Spirit und nicht Breif. So, da seh ich doch schon jemanden. Hallo, Moinsinn. Okay. Ich bin jetzt noch einmal so meine Freunde an. Oh Gott. Der Leck, der gilt. Der Leck. Der Leck, der gilt. Der Leck. 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 So, also... Ja, aber mach mal kaputt. Ich find hier nichts. N-I-C-H. N-I-X. Scheiße, ich verliere die immer. Ja, das ist immer das Problem, weil als Spirit sieht man natürlich die Leute nicht, wenn man in der Scheiße ist. Aber... Manu, hier stinkts voll. Hast du gefurzt? Ja. Ja. Hey Mädels. Komm, jetzt zu schlimm ist es doch gar nicht. So, was seid ihr denn? Aber die haben ja Windows 95 gelagert. Seht ihr hier an der Wand? Ja. Hier hängt doch irgendwo Han Solo. So! Alter, bei mir leckt's aber übelst. So, aber dafür haben wir jetzt einen Malboro-Mann, ne? Ich war schon durchs Fenster und du hast mich geholt. Ich geb dir zwei Malboros, wenn du mich in Ruhe lässt. Nö. Schwörst du? Dann nehm ich drei. Drei vielleicht. Okay. Die hat gar keine Lunge mehr. Wenn du ne ganze Schachtel auf X rauchst, dann... Schreien wir uns. Ist aber tödlich. Ist tödlich. Das tut mir so leid. Ich bin ganz, ganz, ganz weit weg. Ich kann da nicht hin. Also ich kann da hin. Also ich kann da hin, was wäre... Ja, ja. War Genrush. Ihr habt... Ihr habt halt wirklich Zeit. Also macht erstmal euren Gen. Ja, aber wenn jetzt noch einer gechased wird, dann haben wir... Dann scheißen wir uns wieder in den Stuhl rein. Und... Also ich würd gleich rumkommen und dich holen. Ich bin schon runter, du. Bist doch schon längst runter. Junge. Schlechtes Roleplay bei dir. Lass doch Kalle verarschen. Nein! Wieso kommt ihr immer so schnell zurück? So. Stärzig. Das nennt man Tunneln, ne? Ne, ne. Doch. Wenn ihr hier heilt, Digga, selber schuld. Dann ist es weniger Tunneln. Deine Mutter wird getunnelt. So ist es nämlich beim Fußball. Ja, ich glaub ich spiel euch nicht mehr mit. So eine Scheiße muss ich mir nicht geben. Ist auch die letzte Aufnahme. Ist auch die letzte Runde für mich heute. Ich bin ja raus. Na, wenn ihr mich immer verarscht, selber schuld. Ne, also das hat nichts mit verarschen zu tun. Nein, das hat was mit persönlichen Problemen zu tun. Verarbeitest du etwas, Kalle. Ja klar. So, hier war doch grad jemand. Also ich hol den nicht. Mag den auch nicht. Also ich seh natürlich jetzt jemanden vor mir. Dann in seiner Folge... Trust me. Da genug gefokust. War nicht cool. Okay, geil. Ja, er hat hier Dings dabei. Aber nicht mit nem Scheißi. Cool Scheißi. Das wär so witzig, Männer. Kann jetzt bitte gleich stärzig liegen. Nö, ich... Boah, du hast nicht abgewartet, ne? Du kleiner Stinker. Ach, Digga. Diggi, was geht? Und noch ein Genesis. Das glaube der, wie spät? Fertig. Gleich neun. Ja, ist natürlich ein... Killer. Ja, da muss man erst mal ein bisschen Übung reinbringen in die Geschichte, Digga. Ja, du darfst halt mich chasen, ne? Das darfst halt nicht machen. Du bist eigentlich der, der... Bei uns in der Sönze-Gruppe der Schlechteste ist. Wenn du jeden Tag streamst, dann bist du wahrscheinlich immer ganz in Ordnung. Aber bei uns kriegst du immer aufs Maul. Ja, ich hab Rolf. Gnu, erinnerst du dich noch an das, was ich da vor der Aufnahme erzählt hab? Ja. Geil. Gnu. Äh, äh, if you not in the gym where you are at. The Malking Gator, she's dancing like a zebra. Bitte nicht singen. Danke. Bitte nicht singen. Meinem unbekanntem Lande. Ich hab immer noch... Vor gar nicht allzu langer Kalle... Hat nen dicken Schwanz. Entschuldigung, das ist rausgerutscht. Also nicht der Schwanz, eher so... Entschuldigung. Mach ja mal den Fehler, dass ich dich chase, ne? Stell dir vor, warum hast du die Palette getroppt? Ich find kein Janks, Digga. Weil ich wollte, wer weiß, er hätte mich auch tunneln können. Ja, stimmt, hast recht. Apropos... Somebody can... Aber nice, dass Max... Nice, dass Max... Also... Danke, danke. Please help. Please help! Du rumpelst ja... Oh nein... Ja, steck mich voll in die... Somebody can get home! Somebody can get home! Das Ding ist, du wirst jetzt sterben, ne? Ja. Ich hab ihn angelockt, er kommt schon. Ja, da ist er. Hässer, Digga. Sterzeck, wie willst du denn? Ich möchte, dass du Max jagst. Okay, machen wir. Aber erstmal hier zack, schön mit dem Schwert aufgestürzt. Ach, er hat mit dem Momento Kacke dabei. Na klar, ich hab das noch nie benutzt. Gib mir den Moment. Alter, er hat Stücke dich aber. Silzen, Mist. Okay, mach so. Oh, Sterzen ist tot? Weg ist er. Ja, ich wurde weggetunnelt von ihm. Ich mach immer den Fehler, dass ich... Ja. Dass du mich wegtunnelt. Geh mal die Richtung genug. Ja. Nee, Kalle. Brauchst dich da jetzt auch echt nicht raus sprechen. Perfekt. Somebody can get her. Somebody... Somebody wants... Ich würd dann jetzt schon mal Feierabend machen. Hey, Kalle! Ja? Komm mal zurück. Nee. Aber ich... Nee. Ich möchte das nicht. Wo sind Gens? United. Na gut, dann komm ich doch zurück. Gens, Nerds, United. Was? Ich hab dich nicht erwischt? Doch. Hat ihm andere? Ja, ja. Gnu, hast du ein Gen? Yeah. Wie weit? Gleich durch. Oh! Echt, ja? Wenn's jetzt keine bösen Überraschungen gibt. Hast du noch Rolf? Ja, ja. Aber den kriegen wir. Raff, 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 raff. Guck mal, hier liegt Scherzig. Ja! So, der geht. Aber Gnu, müsste er jetzt nicht fertig sein? Nur Geduld. Samba! Ich glaub ich schaff's nicht, oder? Ich glaub ich schaff's nicht, oder? Ja, easy for peasy, oder nicht? Ja, Mann. So, kommt jetzt noch jemand? Da bin ich einmal da lang gelaufen. Ja. Er ist noch bei mir? Nee, nee. Nee, nee. Nur zu 99% aufmachen, oder? Yes. Ja. Ja. Richtig. Und wichtig. Max, gib mal mal hin. Ich hab dich schon um den anderen Ausgang gekümmert. Ich wollte dich heilen. Nee, alles gut. Mach, 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 mach. Scheiße. Nein, nein, mach, mach wirklich. Mach wirklich ne Ausdämpfung. Ach so, ich dachte, mach, mach, mach. Wie, scheiße. Scheiße, Leute. Ich habe Rolf. Na, sonst. Geh einfach. Ja, wobei, jetzt ist, jetzt zu spät, jetzt zu spät, jetzt zu spät. Mach auch. He, he. He, he. Da hab ich nochmal jemanden bekommen, ne? Gnu. Oh, gnubidu. Soll ich dich heilen, Christo? Oh, du hast mich nicht innocent getötet. Das ist aber nett von dir. Kann ich ja auch nicht. Weil ich keinen Nöd dabei hab. Ach so. Also, das Ding ist quasi offen. Mhm. Somebody can. Soll ich den O-Form gemacht? She's standing like a sweeper. Ach, jetzt seid ihr alle hier, oder was? Ihr kleinen Stinkers. Mach öpfe, mach öpfe. Oh mein Gott! Ah! Oh Scheiße! So, wo ist Hanno? Weiß ich nicht. Trau dich. Der ist direkt hinter dir, Kalle. Hä? Ist er gar nicht. Oder? Doch, ist er. Vielleicht doch? Nee, doch nicht. Er hat gelogen. Er ist beim anderen, ne? Ja. Schwierst du? Ich schwöre auf dein armen Brot. Jetzt trollt er dich noch, indem er sei auf den Ausgang warten. Ich schwöre. Ich schwöre. Gut gespielt, Max. Ich schwöre. Ich schwöre. Ehrlich, ne? Ihr seid solche Keks. Jedes Mal. Jede Woche. Ey, Max, geh doch raus, dann können wir noch eine Runde machen für Kalle. Nein, ich will nicht nochmal mit euch spielen. Alter, diese Geräusche. Hä, wo ist Kalle? Das Ding ist halt, Max ist auch nicht verwundet, ne? Kommt er in mich? Hast du nöhn? Nö. Also eigentlich nöhnlich. Du weißt ja, Kalle immer tut das nöhn. Hä, wann kommt Kalle? Kalle, ich bin bei Gnus aus. Echt? Jo. Lügst du? Er hat dich so hops genommen, Digga. Okay, dann geh raus. Er hat dich so hops genommen. Sieht man nur leider nicht im Video, ist egal. Ey, Kalle, dreh dich mal um. Hä, lol. Okay. Ja, gut. Okay. Ja, okay. Alter, Max, wenn du nochmal teabags, reporte ich dich für unsportsmanlike friendship. Schwörst du? Ja. Ja. Ja, war eine coole Runde, aber ich muss nur sagen, die Spirit ist ultra schwer zu spielen. Ich hab jetzt ein paar Runden gezockt. Ich find schon. Fast ein Killer. Ja. Also ich hab da auch Videos gesehen, die haben alle gesagt, Hard to Master, du kleiner Kek. Ja, das war's für eine weitere Runde Sülze. Ähm, beim nächsten Mal, wenn ich am Anfang hier weggetiltet werde, dann erschieße ich mich. Also bis dann. Schau doch am Montag wieder bei Hemmo vorbei und wir sehen uns, ne? Tschüss. 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 Tschüss.